Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir eines der Abenteuer von Tom Sawyer. Möchtest du keines unserer Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Zweites Kapitel Samstagmorgen war gekommen und es war ein heller, frischer Sommermorgen. Und sprühend von Leben. Jedes Herz war voll Gesang, und wessen Herz jung war, der hatte ein Lied auf den Lippen. Freude glänzte auf allen Gesichtern, und die Lust zu springen zuckte in aller Füßen. Die Akazien blühten, und ihr süßer Duft erfüllte die Luft. Cardiff Hill, in der Nähe des Hauses und dasselbe überragend, war von Grün bedeckt und war gerade entfernt genug, um wie das gelobte Land träumerisch, ruhevoll und unberührt zu erscheinen. Tom erschien auf der Bildfläche mit einem Eimer voll Farbe und einem großen Pinsel. Er überblickte die Umzäunung, und aller Glanz schwand aus der Natur, und tiefe Schwermut bemächtigte sich seines Geistes. Dreißig Yards lang und neun Fuß hoch war der unglückliche Zaun. Das Leben erschien ihm traurig. Er empfand sein kleines Dasein als Last. Seufzend tauchte er den Pinsel in den Topf und strich einmal über die oberste Planke, wiederholte die Operation, und nochmals, und verglich das kleine gestrichene Stückchen mit der unendlichen noch zu erledigenden Strecke, und hockte sich entmutigt auf einen Baumstumpf. Jim kam mit einem Zinneimer aus der Tür, Buffalo Gelsinkt. Wasser von der Pumpe zu holen, war Tom bisher immer als eine der unwürdigsten Verrichtungen erschienen. Jetzt erschien es ihm anders. Er sagte sich, dass er dort Gesellschaft finden werde. Weiße, Mulatten und Schwarze, Knaben und Mädchen traf man immer dort, die, bis sie an die Reihe kamen, zu Pumpen herumlungerten, irgendein Spieltrieben sich zankten, prügelten und Wetten anstellten. Dann überlegte er, dass die Pumpe zwar nur einhundertfünfzig Yards entfernt sei, Jim trotzdem aber nie unter einer Stunde brauchte, um einen Eimer Wasser zu holen, und dann auch noch gewöhnlich geholt werden musste. Er sagte also, »Du, Jim, ich will Wasser holen, wenn du inzwischen anstreichen willst.« Jim schüttelte den Kopf und antwortete, »Es geht nicht, Master Tom. Alte Dame sagen, mir zu gehen und Wasser holen und nix aufhalten mit irgendwem. Sie sagen, sie wissen, dass Master Tom werden versuchen zu gewinnen, mich zu streichen, und so sie sagen, Jim zu gehen, nach sein eigenes Geschäft und nix zu streichen.« »Ach was, Jim, lass sie nur reden. So macht sie's immer. Gib mir nur den Eimer. Du sollst sehen, ich bin gleich wieder da. Sie braucht's ja nicht zu wissen.« »Nein, Master Tom, ich nix tun. Alte Dame wollen ihm Kopf abreißen, wenn er tut so. Sicher, Master Tom.« »Sie, sie kann gar nicht schlagen. Sie fährt einem mit dem Fingerhut über den Kopf, und wer macht sich daraus was? Ihre Worte sind gefährlich. Ja, aber sagen ist doch nicht tun, wenn sie nur nicht so viel dabei weinen wollte. »Du, Jim, ich geb dir auch ne Murmel oder ne Glaskugel.« Jim begann zu schwanken. »Ne weiße Glaskugel, Jim, und horch mal, was sie für'n schönen Klang hat.« »Ach seien das schöne, wunderschöne Glaskugel. Aber, Master Tom, ich hab'n so furchtbare Angst vor der alten Dame.« Aber Jim war auch nur ein Mensch. Diese Verführungskünste waren zu stark für ihn. Er setzte seinen Eimer hin und griff nach der Kugel. Im nächsten Augenblick sauste er die Straße hinunter mit seinem Eimer und einem Schreckensschrei. Tom arbeitete mit Vehemenz und Tante Polly, ein Pantoffel in der Hand und Triumph im Auge kehrte vom Felde zurück. Aber Tomes Energie hielten nicht lange an. Er begann, an all die Streiche zu denken, die er für heute geplant hatte, und sein Kummer wurde immer größer. Bald würden seine Spielgefährten frei und sorglos vorbeikommen, um auf alle möglichen Expeditionen auszugehen, und die würden ihre Witze reißen über ihn, der dastand und arbeiten musste. Ach, der bloße Gedanke daran brannte wie Feuer! Er kramte seine weltlichen Schätze aus und hielt Heerschau. Allerhand selbst erfundenes Spielzeug, Murmeln und Plunder, genug, um sich einen Arbeitstausch zu erkaufen, aber nicht genug, um dadurch auch nur eine halbe Stunde die Freiheit zu bekommen. Ach, so steckte er seine armselige Habe wieder in die Tasche und gab den Gedanken auf, einen Bestechungsversuch bei den Jungs zu machen. Aber mitten in diesen trüben und hoffnungslosen Betrachtungen kam plötzlich ein Einfall über ihn. Durchaus kein großer, glänzender Einfall, aber er nahm seinen Pinsel wieder auf und setzte ruhig die Arbeit fort. Ben Rogers erschien in Sicht, der Junge aller Jungen, der sich über alle lustig machen durfte. Ben's Gang war springend, tanzend, hüpfend, Beweis genug, dass sein Herz leicht und seine Gedanken und Pläne großartig waren. Er knupperte an einem Apfel und ließ ein langes, melodiöses »Ho-Ho« hören, gefolgt von einem gegrunzten »Ding-Dong-Ding«, »Ding-Dong-Dong«, denn er war in diesem Augenblick ein Dampfboot. Als er näher kam, mäßigte er seine Geschwindigkeit, nahm die Mitte der Straße, bog nach Steuerbord über und legte elegant und mit vielem Geschrei und Umstand bei, denn er vertrat hier die Stelle des Big Missouri und hatte neun Fuß Tiefgang. Er war Dampfboot, Kapitän, Bemannung zugleich, und sah sich selbst auf der Kommandobrücke stehend, Befehle gebend und ihre Ausführung überwachend. »Stopp, Ling, Ling, Ling«, die Hauptroute war zu Ende, und er wandte sich langsam einem Nebenarme des Flusses zu. »Stopp, zurück, Ling, Ling, Ling«, seine Arme sanken ermüdet herunter, »Steuerbord wenden, Ling, 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 Tchuchu, 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 Tchuchu.« Sein Arm beschrieb jetzt große Kreise, denn er stellte ein Rad von vierzig Fuß Durchmesser dar, »Backbord zurück, Ling, 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 Tchuchu, Tchuchu.« Wieder beschrieb der Arm, diesmal der Linke, gewaltige Kreise. »Steuerbordstopp, Ling, 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 Backbordstopp, Halt, langsam, überholen, Ling, Ling, Tchuchu, Tchuchu. Heraus mit dem Tau dort, lustig, hoho, heraus damit. Hey, wird's bald? Ein Tau dort um den Pfeiler, so, nun los, Jungs, los. Maschine, stopp, Ling, 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 Tchuchu, Tchuchu.« Er ließ den Dampf ausströmen. Tom war ganz vertieft in seiner Anstreicherei. Er merkte nichts von der Ankunft des Dampfbootes. Ben blieb einen Moment stehen, dann sagte er, »Hau, ho, Straffarbeit, Tom, hä?« Keine Antwort. Tom überschaute seine Arbeit mit dem Auge eines Künstlers. Dann machte er mit dem Pinsel noch einen eleganten Strich und übte wieder Kritik. Ben rannte zu ihm hin. Tom wässerte der Mund nach dem Apfel, aber er stellte sich ganz vertieft in seine Arbeit. Ben sagte, »Hallo, alter Bursche, Straffarbeit, was?« »Ach, bist du's, Ben? Ich hatte dich gar nicht bemerkt.« »Weißt, ich geh grad zum Schwimmen. Würdest gern mitgehen können, hä? Aber natürlich bleibst du lieber bei deiner Arbeit, nicht?« Tom schaute den Burschen erstaunt an und sagte, »Was nennst du Arbeit?« »Na, ist das denn keine Arbeit?« Tom betrachtete seine Malerei und sagte nachlässig, »Na, vielleicht ist das Arbeit, oder es ist keine Arbeit. Jedenfalls macht es Tom so ja Spaß.« »Ach, na, na, du willst doch nicht wirklich sagen, dass dir das da Spaß macht.« Aber der Pinsel strich und strich. »Spaß? Warum soll's denn kein Spaß sein? Kannst du vielleicht jeden Tag einen Zaun anstreichen?« Ha! Ben erschien die Sache plötzlich in einem anderen Lichte. Er hörte auf, an seinem Apfel zu knuppern. Tom fuhr mit seinem Pinsel bedächtig hin und her, hin und her, hielt an, um sich von der Wirkung zu überzeugen. Half hier und da ein bisschen nach, prüfte wieder, während Ben immer aufmerksamer wurde, immer interessierter. Plötzlich sagte er, »Tom, lass mich auch ein bisschen streichen.« Tom überlegte, war nah daran einzuwilligen, aber er besann sich. »Nee, nee, ich würde es herzlich gerne tun, Ben, aber Tante Polly gibt so viel, gerade auf diesem Zaun, gerade an der Straße, weißt du? Ja, aber wenn es der schwarze Zaun wäre, wär's mir recht, und ihr wär's auch recht. Ja, es gibt schrecklich viel auf diesen Zaun, deshalb muss ich das sehr sorgfältig machen. Ich glaub, von tausend, was zweitausend Jungen, ist vielleicht nicht einer, der's ihr Recht machen kann, wie sie's haben will.« Na, wirklich? Du, gib her, nur mal versuchen, nur ein klein bisschen versuchen. Ich würd dich lassen, wenn's meine Arbeit wär, Tom. Ben, ich würd's wahrhaftig gern tun, aber Tante Polly, weißt du, Jim wollt's auch schon tun, aber sie ließ ihn nicht. Sid wollte's tun, aber sie ließ es ihn auch nicht tun. Ben, na, siehst du wohl, dass es nicht geht? Wenn du den Zaun anstrichest, und es passierte was, Ben... Ach, Unsinn, ich will's so vorsichtig machen, nur mal versuchen, wenn ich dir den Rest von meinem Apfel geb? Na dann! Ach, nee, Ben, tu's nicht, ich hab solche Angst. Ich geb dir den ganzen Apfel. Und Tom gab mit betrübter Miene den Pinsel ab, innerlich frohlockend. Und während der Dampfer Big Missouri in der Sonnenhitze arbeitete und schwitzte, saß der Künstler ausruhend auf einem Baumstumpf im Schatten des Zaunes, schlug die Beine übereinander, verzehrte seinen Apfel und grübelte, wie er noch mehr Unschuldige zu seinem Ersatz anlocken könne. Opfer genug waren vorhanden, jeden Augenblick schlenderten Knaben vorbei. Sie kamen, um ihn zu verhöhnen, und blieben, um zu streichen. Nach einiger Zeit war Ben müde geworden. Tom hatte als nächsten Billy Fischer ins Auge gefasst, der ihm eine tote Ratte und eine Schnur, um die Ratte daran durch die Luft fliegen zu lassen, anbot. Und von Johnny Miller bekam er eine gut erhaltene Sackpfeife und immer so weiter, stundenlang. Und als der Nachmittag halb vergangen war, war aus dem armen, verlassenen Tom vom Morgen ein buchstäblich in Reichtum schwimmender Tom geworden. Er besaß außer den aufgeführten Sachen zwölf Murmeln, ein Stück eines Brummeisens, ein Stück blau gefärbten Glases zum Durchschauen, eine Spielkanone, ein Messer, das gewiss nie jemandem Schaden getan hatte oder jemals tun konnte, ein bisschen Kreide, ein Glasstöpsel, ein Zinnsoldaten, den Kopf eines Frosches, sechs Feuerschwärmer, ein Kaninchen mit einem Auge, ein messingenen Türgriff, ein Hundehalsband, aber kein Hund, den Griff eines Messers, vier Orangenschalen und einen kaputten Fensterrahmen. Er hatte einen sorglosen, bequemen, lustigen Tag gehabt, eine Menge Gesellschafter, und der Zaun hatte eine dreifache Lage Farbe bekommen. Wäre nicht der Zaun jetzt fertig gewesen, Tom hätte noch alle Jungs des Dorfes bankrott gemacht. Tom dachte bei sich, die Welt wäre schließlich doch wohl nicht so bucklig. Er war, ohne es recht zu wissen, hinter ein wichtiges Gesetz menschlicher Tätigkeit gekommen, das nämlich, dass um jemand, groß oder klein, nach etwas lüstern zu machen, es nur nötig ist, dieses etwas schwer erreichbar zu machen. Wäre er ein großer und weiser Philosoph gewesen, gleich dem Verfasser dieses Buches, er würde jetzt begriffen haben, dass, was jemand tun muss, Arbeit, was jemand freiwillig tut, dagegen Vergnügen heißt. Ja, er würde ferner verstanden, dass künstliche Blumen machen oder in der Tretmühle ziehen, Arbeit ist. Kegelschieben aber oder den Mont Blanc besteigen? Vergnügen. Es gibt reiche Engländer, die einen Viererzug zwanzig bis dreißig Meilen in einem Tag laufen lassen, weil dieser Spaß sie einen Haufen Geld kostet. Würden sie dafür aber bezahlt werden, so würden sie es als Arbeit ansehen und darauf verzichten. Das war das neueste Abenteuer von Tom Sawyer. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst und wenn du das nächste Abenteuer nicht verpassen willst, auf Abonnieren. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.